Junge Leute, herzlich willkommen! herzlich willkommen zu NBA Woche 16 Season 2020, 2021 Spiel Teil 1 von Teil 3 Let's go! Heute um 0.30 Uhr Tuwondo Weta Gewinn gegen Washington Wizards 1.21 Uhr zu 1.13 Uhr Dann um 0.31 Uhr Battle of New York Brug the Nap ging New York links 1.11 Uhr zu 1.102 Uhr Sunderland ohne Spurs gegen Cleveland Cavaliers 1.100 1.100 zu 1.11 Uhr mit der Sota Timberwolves verlieren knapp gegen Second Mountain Kings 1.102 Uhr nach Overtime Dallas Maverick Gewinn gegen Utah Jazz 1.106 zu 1.103 Uhr Houston Rockets spielen gegen Phoenix Suns 1.111 zu 1.116 Uhr Oklahoma City Wanda gewinn gegen Detroit Piston 1.111 zu 1.99 Uhr Dann morgen um 1.00 Uhr Indiana Pacers verlieren gegen Chicago Bulls 98 zu 1.102 Uhr Dann um 1.30 Uhr Boston Celtics verlieren gegen Philadelphia 76ers 90 zu 1.111 Uhr Toronto Web Tasks verlieren nach Overtime gegen die Los Angeles Lakers 1.111 zu 1.113 Uhr Splendor Rocks verlieren gegen New Orleans Berlin 1.123 zu 1.125 Uhr Dann um 2 Uhr Miami Heat verlieren gegen Memphis Grizzlies 1.111 zu 1.115 Uhr Dann um 3 Uhr Denver Nuggets gewinnen gegen Detroit Piston 1.135 zu 1.111 Uhr Um 4 Uhr Golden State Warriors Los Angeles unterliegen die Milwaukee Bucks 113 zu 1.124 Uhr und um 4 Uhr Los Angeles und Los Angeles Clippers gewinnen gegen Spots & Twill Spots & Twill Blades 133 zu 1.191 Uhr und Donnerstag um 1 Uhr Orlando Magic Berlin gegen Washington 06 123 zu 1.171 Uhr Indiana Peters Berlin gegen Minnesota Thunderbirds 102 zu 1.111 Uhr Brooklyn Nets Brooklyn Nets spielen gegen New Orleans 1.111 1.111 1.111 1.109 Dann um 2 Uhr Atlanta Hawks gewinnen gegen Memphis Grizzlies knapp 99 zu 95 Houston Rockets gewinnen verlieren mit 7 Punkten 113 mit Deles Mavericks 110 zu 111 Oklahoma City Pfanda gegen Charlotte Hornets 117 zu 115 Oklahoma Dann um 3 Uhr Denver Nuggets gewinnen knapp gegen San Antonio Spurs 112 zu 111 nach Overdown und um 4 Uhr Phoenix Suns verlinken Utah Jazz 107 zu 115. So das war es von NBA Woche 16 Tippspiel 7 2020 2021 Tippspiel so Teil 1 von Teil 3 so lassen, bleibt da, lasst auch gern ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann aktiviert dann aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung mehr und wir sehen uns, tschüss, tschau.